Norddeutscher Rundfunk 2021 Das war so ein richtiger Moment, wo du gedacht hast, Alter, das geht so nicht mehr. Hier drinnen, die erste Nacht, wo die Tür wieder zugeschossen ist, da wusste ich auf jeden Fall zu spät und wieder mal versaut, wieder mal gegen den Baum gefahren. Jetzt links, jetzt links. Bis vor hast du die Acht um den Stühle einmal gelaufen. Jetzt läufst du weiter geradeaus. Also kommt jetzt hier gleich der Tisch, ne? Schnallst du, was das jetzt mit einer zweiten Chance und dem Leben nach dem Knast zu tun hat? Ich denke schon, dass das ein bisschen mit Vertrauen aufbauen zu tun hat. Dass man nicht so auf Abwehr geht gegen alles und jeden. Dass nicht alles Arschlöcher sind. Nicht jeder will dir was Böses. Ach Gott. Hast du das gedacht früher? Denke ich vielleicht immer noch manchmal. Ja? Was ändert sich denn jetzt bei dir gerade? Ich nehme die Maßnahmen, nehme mich wahr und alles, die mir gestellt werden. Das heißt, was machst du alles? Du gehst zur Schule? Da habe ich dich gerade getroffen. Ja, dann mache ich Anti-Aggressions-Kurs bei Herrn Bischof. Suchtgruppe? Psychologische Einzelgespräche. Ich versuche mich ein bisschen abzulenken mit Klavierspielen und Gitarre. Klappt das? Ja, mehr oder weniger. Ja, hier ist was los, ne? Du lebst doch noch. Weil die reden halt alles leicht. Das heißt, du hast das Gefühl, du hast keine zweite Chance. Auch wenn du wolltest. Eine Chance habe ich schon, aber halt, die steht nicht so gut. Ich sage mal, ich versuche alles, um nicht nochmal wieder einzufahren. Weil es ist ja schon ziemlich kacke hier zu sein. Aber ein Stück weit Hilfe wäre schon nicht schlecht, denke ich. Ich glaube, ohne Hilfe schaffe ich das auch gar nicht. Aber würdest du dann vielleicht auch sagen, das ist ein bisschen du, die Gesellschaft, die es einem auch nicht verzeiht, wenn man mal gesessen hat? Und sagt, okay, du hast die Strafe abgesessen und das ist gut? Das sind die ganzen Vorurteile, die ja jedes Mal kommen. Erst ein Knasti, einmal Knasti, immer Knasti, ne? Von jedem Einzelnen. Einer, der sowas ja noch nie mitgekriegt hat oder miterlebt hat und zieht, da kommt einer mit Hand- und Fußfesseln an. Der gleich Knasti, Schwerverbrecher, ne? Ja, da denke ich auch, der will mir gleich in die Gurgel, ne? Ja, ja. Dabei ist das ja gar nicht so. Was für einen Abschluss hast du eigentlich? Also hast du gar keinen Schulabschluss? Ich habe gar keinen, ich mache jetzt meinen Hauptschulabschluss. Wann hast du abgebrochen? Heute. Wieso? Na, weil ich immer, also ich bin irgendwann in der sechsten Klasse von dem Schulumflug. Beweißt du das heute? Ja, na, geht. Was würdest du denn als deine Rettung hier beschreiben? Also was ist hier anders als draußen? Dieser geregelte Tagesablauf. Man ist ja wirklich nur Schule, dann steht das an. Also zum Beispiel Dienstag komme ich von der Schule, dann mache ich Mathe-Nachhilfe, dann psychologische Gespräche. Dann komme ich, Mittwoch zum Beispiel komme ich auch von der Schule, dann fünf Stunden Anti-Erressionstraining. Das heißt, du hast echt so tak, 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 next, next, next und das war früher nicht so? Nee. Da hast du den Tag reingelebt? Genau. Was ist denn dein Plan für nach dem Knast? Ja, halt das aufs Reine kriegen, was ich jetzt alles versaut habe. Wie schätzt du deine Chancen ein, dass das was wird? Weiß nicht. Sag mal 50 Prozent, 70, 90, hundertprozentig schaffe ich das. 60 zu 40, dass ich es schaffe. Also du rechnest dir schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit aus, dass du doch wieder zurück... Ja, weil ich zurzeit noch realistisch bin. Ja. Wollen wir ja nichts einreden, ne? Wenn ich weiß, könnte auch anders laufen. Was ist so dein Wunsch für, äh, für danach? Wenn du hier rauskommst vielleicht nächstes Jahr? Also auf alle Fälle einen geregelten Tagesablauf. Mhm. Eine Ausbildung. Festen Wohnsitz. Ja. Und dann vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen, ne? Hast du jetzt einen Plan? Ich meine, was machst du am ersten Tag, wenn du rauskommst? Am ersten Tag? Na, sie wird auf jeden Fall abgeholt von Freunden. Und eine Entlassungsfete, denke ich mal. Ja, und auf jeden Fall zum Mutti, ne? Ist das eine gute Idee, leicht feiern gehen? Nee, eigentlich nicht. Du hast ja jetzt schon die zweite, zweite Chance bekommen, ne? Ich kümmere mich auf jeden Fall hier drinnen um Arbeit, weil ich draußen auf jeden Fall Arbeit habe. Ich habe hier drin erfolgreich soziales Kompetenztraining. Mhm. Also du bist verbrieft ein guter Junge? Ja, also ich sage mal, ich habe viel mitgenommen. Ich muss ja langsam mal was hinkriegen, ne? Ja. Irgendwann muss man ja mal anfangen im Leben. Auch wenn es erst mit 20 ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Biss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.